Die italienische Polizei hat den meistgesuchten Mafia-Boss des Landes verhaftet. Einsatzkräfte stürmten ein Privatkrankenhaus in der sizilianischen Hauptstadt Palermo, wo sich Matteo Messina De Naro behandeln ließ. Er war seit drei Jahrzehnten auf der Flucht. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist De Naro ein Boss der sizilianischen Cosa Nostra. Sie macht den Paten für zahlreiche Morde in den 90er Jahren verantwortlich oder mitverantwortlich, darunter die Attentate auf die Anti-Mafia-Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Für die beiden Anschläge wurde De Naro in Abwesenheit zu lebenslanger Haft verurteilt. Zudem droht ihm lebenslang Gefängnis für seine Rolle bei Bombenanschlägen in Florenz, Rom und Mailand, bei denen zehn Menschen ums Leben kamen. Im September hatte die Polizei erklärt, De Naro habe trotz seines Untertauchens immer noch Einfluss auf die Mafia in der Region um die westsizilianische Stadt Trapani. Untertitelung des ZDF für funk, 2017